Wie ist das Name, genau? Servus, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto Online. Kampfgewehr. Wir sind im Überleben am Sägewerk. So fertig, um Kontakt zu haben. Wir kämpfen für eine Handvoll Späne. Okay, ich habe noch drei Schuss für diesen Lenkraketenwerfer. Ja, die Supercrew ist auch wieder dabei. Ja. Ich fasse euch jetzt immer zusammen. Ich glaube, das macht es ein bisschen leichter. Wenn es euch nichts ausmacht. Ja, ne. Ja, Michi kann sich dazu... Kann ich nichts sagen. Ich muss es dann höchstens schreiben. Aber das ist gerade ein bisschen ungünstig zu schreiben. Okay, wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir uns nicht nochmal so überrennen wie da beim letzten Mal. Das war schon ein bisschen crank, Alter. Tja. Auto? Was, Auto? Bei meiner Seite. Bei dir? Ja. Ich sehe es gar nicht. Ah doch, jetzt sehe ich es. Dem Laden, dem... Ich würde mal sagen, es liegt gleich in der Luft. In zwei. Oh ja, ich sehe es. Warum? Nein, 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 nein. Oh. Alter, ich hole es auf das andere Auto wie ein Bekloppter, weißt du? Jetzt haben wir einen eigenen Typen überfahren. Wie nice ist das denn? Oh, es lief, pass auf. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Yo, yo, yo. Definitiv alles weg. Geist michi. Okay. Die Säuberung hat den Dach. Okay, jetzt war schneller. So, perfekt. So, wie sie da immer die Treppe runterfallen, das ist so einfach. So, es ist... Ich finde es super. Geht der Dach, das ist mir auch fast. Ach, so. Ich gebe dir gleich mal, der Fucker, guck mal her, hier. Alter. Will der jetzt mal sterben? Na, also geht doch. Oh, links. Ja. Hier oben ist. Ja, ja. Nice. Nice, 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 Jungs. Ha, ha, ha. Ja, so kann man das auch machen. Ja. Ich dachte, ich habe doch noch was in der Hinterhand. Hä. Na klar, dann wollen wir das doch mal. Klips. Ich sehe auch nicht. So. Alles. Komm, jetzt brauche ich unbedingt wieder auf Versorgungsgüter. Versorgungsgüter. Ja. Ruf mal bei FedEx an, vielleicht werfen sie dir was ab. Was? ève. What? Oh, Steve, ich komme. Nein, nein, ich gut. Leid, ich bin tot. Den hätte ich jetzt fast nicht gesehen, ey. Oh, Michi, pass auf, das... Ah, okay, gut, hast du schon. Oder? Ah, nee. Wow. Achtung, rechts kommt ziemlich... Schafft, Leute, das müsst ihr schaffen. In der Welle. Nice. Direkt, zwei. Das ist mir direkt was Schlimmes nachgespunnt. Oh, Gott. Okay. Kommst du klar? Ja. Nein. Komm, komm. Oh, Alter, der hat ja einen Minigun. Okay. Okay. Du bist ein piece of shit. Ja, ja. Hat dein Kumpel, der gerade vor dir gestorben ist, auch schon gesagt, dass ich ein piece of shit bin? Ja, ich sage, oh, scheiße, ich habe mir die letzten 13 Schuss für mein Gewehr. Wenn der Schrot findet auf jeden Fall, dann geht die auch. Ich habe noch eine Panzerforce. Das ist dann immer nur ein Schuss, weil der dann immer kurz, äh, alle wieder rumzappelt. Wenn man dann kurz, äh, nochmal entsichern muss oder sowas. Oh, Alter, keine Ahnung, ist das nicht. Hat du nichts? Wow. Da kommt gleich einer nach. Oh, nicht. Du hast noch eine Runde, okay. Ich trete eine Ehrenrunde. Ich sage ja Gewalthaufen. Wenn es sein, Achtung, es kann es sein, dass noch Autos kommen. So war es ja zur Runde ja auch. Naja, nee, ich glaube, dass die zwei da oben die letzten sind. Oder drei, oder? Ich hole die Mini-Kan und zeige sie. Ja, hallo. Ach, oder so. Ja. Hast du gerne am Armut zu links? Ja, recht. Ja, ja. Come to me! Oh. Jawoll, Leute! Erstes Mal. Wow. Wow, nice. 30.000, Level 30. Du hast alle zehn Wellen des Überlebenskampfes abgeschlossen. Unnatürliche Auslese. Was meint ihr gleich den Nächsten? Jawoll. Del Piero Piero auf dem Pissoir. Krass, ey. Folge dem Anführer. Der Anführer des Raubüberfalls ist der Boss, der die Raubüberfälle von seinem Apartment aus startet. Steigt die Vorbereitungskosten vor und hat die Kontrolle über Teamzusammenstellung. Und das sage ich mir nicht, dass... Ich würde für alle kaufen, 4.000 geht ja noch. Sind 1.369. Ja, bei mir 82.000 für alle. Ja, wegen dem Raketenwerfer. Warte, aber für... Ich will auf jeden Fall für die... Für den Spezialkarabiner möchte ich auf jeden Fall Muni kaufen. Aber das hat sich mal richtig gerechnet, ey. Ja. Das hat auch einfach Bock gemacht. Ja. So ganz viel Geld... Krass, ganz viel Gast finde ich auch nicht, weil wir haben eine Schrift ziemlich lange dabei. Ja, gut, aber ich finde, 30.000 haben oder nicht haben, ne? Der hängt irgendwie, ja, ne? Ja, okay. Aber da bist du schon drin, ne? Ich bin schon drin, ich bin sogar der Host aus irgendwelchen Gründen. Richtig, bei mir steht, dass ich Host bin. Ja. Allebei beigetreten und du bist der Einzige, der noch steht Dritt bei. Ah, jetzt. Hä? Tschüss. Ah, ja. Äh. Okay, hä? Okay, ich lade euch einfach mal ein, weil ihr verlasst gerade bei mir alle. Wir fangen hier gerade zu dritt an. Äh. So. Okay, was auch immer da passiert ist. Ja, keine Ahnung. Ich habe loaded you in. Ich habe mich umbringen lassen. Wer nimmt halt einfach meine Einladung an. Ja, okay. Jetzt sind wir wahrscheinlich Spielverterber. Ja, mei, seid das halt. Und jetzt? Wo kein Kläger, da kein Richter. Also. Jetzt müssen wir Biker umbringen. Ei, ei, ei. Was hört da alles ausknipsen? Hm. Ihr macht noch, oder? Ja, ich habe so eine Einladung bekommen. Kannst du mich mal einladen? Ich habe euch eigentlich eingeladen. Vielleicht bekommen wir die nicht, weil wir in dem Dings sind. Ist doch wieder gay. Ist doch das echt. Jetzt werde ich in mein schwules Apartment zurückgespawnt, oder wie? Naja, natürlich. Jesus tut es mich. Ne, warte mal. Du hast ausstehende Einladungen zu Jobs. Spawne ich nach. Warte. Ja, jetzt komm. Ich habe mein Apartment lange genug von außen gesehen. So. Der Kunst, der von den Fortschrottwänden getroffen hat. Ne. Alter. Ich bin einfach so eine Rambo und ich sterbe erst jetzt. Wenn überhaupt. Widerwärtig, was die machen. Okay, irgendwer ist rausgeflogen. Ich weiß nicht. Das war Michi. Okay. Nein. Die Gemeinschaft bricht auseinander. Nein. Es ist zu spät. Alle Paar zum Sonst. My goodness. Was sollen wir jetzt machen? Da ist es ja. Panik. Also ich meine, im Überlebenskampf. Ja, mach dabei einfach mal weiter. Nach gut dünken. Und ja. Okay. 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 Ja, gut. Michi ist back. From the death. Könnte auch ein anderer sein. Das glaube ich nicht, weil niemand anders die Zugangsdaten hat. Aber gut. So. Okay. Dann werde ich mal mein Apartment verlassen und währenddessen ein bisschen Sport machen. Ich möchte ja auch so athletisch werden wie ihr. Das finde ich aber auch kacke, dass ich dem Überlebenskampf nicht einfach nachjoinen kann. Das ist irgendwie ein bisschen ein bisschen gay. Ja, das wäre eigentlich was, wo ich das anbieten würde. Weil ich meine dann... Kann ich ja auch nicht mal nachdrücklich einladen. Ja. Na nee, das ist total blöd. Na ja, ich schaue dabei noch nach einem... nach einem coolen Auto für mich. Oh. Ein Comet. Was ist denn das? Ein Futo. Ich dachte, das ist japanisches Essen. Das dachte ich auch gerade. Das ist ja irgendwie... ein japanisches Essen. Hä? Ich habe definitiv nicht nur fünf Leute getötet. Das glaube ich ja nicht. Warum lässt du dein Handy fallen? Ich bin fünf Meter an dir vorbeigesprintet. Haha. Was ist denn? Ein Amerikaner. Oh, Meriwether ruft mich an. Meriwether Security are excited to announce an airborne escort service for San Andreas based VIPs. Oh Gott, wir könnten mich auch... ...wenn du ein Playboy-Diplomath oder ein Druglord on the Run. Ein Helikopter wird zu Ihren gelegten Location so schnell wie die Payment erholt wird. Ich denke, auch was Neues anfangen, wenn ihnen auch die Hälfte da ist. Rufsunterstützung kann ich mir jetzt von Meriwether zukommen lassen. Auch nicht schlecht. Was für ein Ding? Luftunterstützung von Meriwether. Ja, ich kann mir mittlerweile Friedens... ...Soldat, Friedenskämpfer... Ja, das hört sich sehr friedlich an. Auf andere Spieler hetzen. Oh, hallo. Was steht denn hier schön? Auf andere Spieler hetzen. Das ist auch nice. Die dann verfrieden sorgen. Haha. So, was haben wir denn hier? Übermacht Zion. Das steht auf Übermacht. Ja, Sparta. Oh. Nee, der hat keinen Softtop. Ist da mittendrin gedüffelt. Scheiße. Sehr gut. Warum sollte ich Ron anrufen, um einen Job anzufordern? Ich lau hier gerade durch... ...durch die Weinwood Hills und schaue, ob irgendjemand eine teure Karre vom Haus geparkt hat, die ich mir juxten kann. Das ist mein Äpfel der Liebe. Da... ...und da... Pferdeäpfel der Liebe... Alter, überfahre mich halt, du Penner. Rutsch gebrannt, braungemein. Der'll dert anfällig. Und da wache ich kicked an. Ab ins Klo. Ja, toll. Hier steht wieder ein neuer Oracle. Ich weiß genau, was mit dem passiert, wenn ich ihn mir nehme und in die Garage stelle. Stelle 3. So, steht hier sonst noch so rum? Ich muss echt immer wieder bemerken, wie geil eigentlich GTA 5 aussieht. Das ist der Hammer, wenn man hier so durch die Straßen läuft. So, ich mag keine Gärtner. Zumindest wenn man die Grafik ganz oben hat. Bye, bye Gärtner. Vielleicht hat es sich ausgegärtnert. Also wir wären fertig. Ihr werdet fertig? Tot. Ja. Ihr werdet fertig, also tot. Ja. Ich weiß gar nicht, ihr seid doch jetzt gar nicht mehr in meiner Sitzung, ne? Ja. Da muss ich euch jetzt ganz kurz alle wieder einladen. So. Oh, ich geb doch nur Gas, Mädel. Hey, roll nicht gleich rum. Ja, ja, das ist alles so schlimm. Kannst du nicht mehr? So. Jesus! Ich muss mehr Leute schlagen. Es kann nicht sein, dass ich nur 1000 Kopfgeld habe. Oh yeah, da kommt gerade... Nein, nein, nein! Du bleibst stehen! Der hat ein geiles Bike, Alter. Ja, sieh zu, dass du mich... Alter! Verpiss dich! So, mein Bike. Yeah! Ja, ich hab nen Chopper, Steve! Ja, ey! So, jetzt erstmal, jetzt erstmal zu Lafantos Customs damit. Oh. Ich meine, das ist doch sicher, weil ich prüge... Die Bullen sind so dumm. Ja, das ist natürlich auch schwierig. Tja. Jetzt aber nicht hier. Hier sieht es komisch aus. Habt ihr mich hier eigentlich eingeladen, oder? Ja, hab ich. Ah, okay. Hab euch alle eingeladen. So, Lafantos Customs. Ich komme und diesmal nicht mit einem Joghurtbecher. Ja, mal wieder. Ich will für nächstes Mal mein cooles Biker-Outfit anziehen. Achso. Alter, ist die fett. So. Wer wartet denn da auf mich beim Los Santos Customs in der Nähe? Ich nicht. Kann nur einer sein. Der sind wieder weg. Der, auf den zumindest kein Kopfgeld ausgesetzt ist. So, jawoll. What's wrong with her now? Western Demon. So, jetzt schauen wir mal, was ich da alles an Kohle rein investiere. So. Was, ich muss denn reparieren, Alter? So, Panzerraum. Bremsen. Kann ich nichts machen. Wie die Sanisilien ganze Straße ablaufen. Geil. Geil. So, erstmal nehmen wir unser Sprengstoff. Ja, natürlich. Du bist auch noch nicht auf uns im Server, oder ne? Ich habe euch ja auf meinen eingeladen. Sind doch, Alter. Hä? Hä? Guck mal auf Spieler. Hä? Oh, hä? Warte mal. Wenn ich auf Online gegangen bin und dann Spieler, dann waren da zwei. Immer noch nicht schon. Oder einfach mal Y, dann siehst du, wer alles da ist. Jaja, da sind vier. Und wenn ich aber auf Online in das Spiel gehen, dann sind nur wir beide. Nö, ich sehe auch die anderen beiden auf der Karte. Ja, ich auch. Boah, wenn ich ihn jetzt mal verschwinden, ich will weiter von Sonten verprüben. Macht irgendwie Spaß. So, da hat's reanimiert, die. Ja, ich weiß, die sind die ganze Straße gerade abgelaufen. Ach, hier. Auf in die nächste Straße. Nicht, dass die noch arbeitslos wären. Jetzt renne nur und lasst weg, hä? Und von dem Auto überfahren. Ah, nee, hier sollte ich nicht antrennen, das ist jetzt die Polizei in Streife. Ich fahr mal ein bisschen weiter. So, hier sind keine Menschen. Wo sind die Menschen? Wir sind in der Großstadt. Da. Da sind Menschen. So, Mädchen. Hey. So, hier werden keine Fotos gemacht. Meine Wiese. Hey. Drück. Fuck. Was zum Teufel macht ihr da schon wieder? Nichts. Ich guck mich da dran. Du schlägst doch schon wieder irgendwelchen Leuten in den Kopf ein. Nein. Würde ich niemals tun. Nee, du doch nicht. Ach, da ist ne Menschenmasse. Oh. Ich fahr ein bisschen so durch die Straße. Genieße da den Sonnenschein. Der Typ hier. Nimmst du eigentlich gerade noch auf, Max? Ja, ich nehm noch auf. Echt? Langer Part. Ja, ich weiß. Ach, du nimmst nicht mehr auf. Nee, nee. Deine Verderbtheit muss man doch einfach aufnehmen. Boah, Alter. Meine ganze Front ist rot. Was zum Teufel tust du? Ich fahr durch den Sonnenschein. Oh Mann. So, wo ist der Unterschied zwischen Wires und serienmäßig? Ich erkenne ihn nicht. Fah. Boah. Was? Muss man zu dir fahren und gucken, ob du es aussiehst wie rot oder überhaupt. Da, wo ich bin, da sind auch die Sannis. Oh Mann. Glaub ich sofort. Ah, ich seh einfach so gut aus, fallen alle in Ruhe macht. Oder lass nie einen Kaffee fallen. Und fülle rein. Wo kann man nochmal Tuningreifen? Dieses Fahrzeug braucht Tuningreifen. Die sehen echt nice aus eigentlich. Ja genau, Pink. Das ist die perfekte Farbe für meine Felgen. Vielen Dank. Okay. Was habt ihr jetzt noch so geplant? Ich habe jetzt erst mal mein geiles Bike hier getunt. Yeah! Und Steve, was sagst du? Du bist nice aus. War eine Front bei dir auch so schön blutig? Nee, bei mir ist sie sauber. Boah, Alter, die sieht aus, ey. Hättest du nicht einmal... Hexen einmal über die ganze Bevölkerung gegangen? Bist du wahrscheinlich auch. Kann man hier irgendwie Screenshots machen? Ach nee, warte mal. Ich mach's einfach über Steam. Irgendwie kann man's auf jeden Fall machen. Ja, Freunde, aber wir sind mit dem Part am Ende. Was wir dann beim nächsten Mal machen, das entscheiden wir auch dort. Und zwar, wenn es wieder heißt, Let's Play Together Grand Theft Auto Online. Vielleicht wieder mit der Supercrew. Bis dahin, ciao Leute, macht's gut. Bis dann. oder,ningar los? Jopp. độ Roiyorsun contouring es sind. Vielen Dank.